Herzlichen Glückwunsch Nintendo! The Legend of Zelda Breath of the Wild hat sich den Platin Award des Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware sichern können. Diesen gibt es, sobald sich ein Spiel über 200.000 Mal in Deutschland verkauft hat. Gezählt wurden dabei die Wii U und Switch-Version zusammen. Mit dem anlaufenden Weihnachtsgeschäft dürfte die Zahl der verkauften Kopien auch nochmal hochgehen. Schließlich ist Zelda neben Mario Odyssey das Highlight auf der Switch. Nicht nur der Zipfelmützenträger Link durfte sich über einen Platin Award freuen. Auch Microsofts Rennspiel Forza Horizon 3 hat die 200.000 verkauften Exemplare überschritten. Außerdem gab es noch einen Gold Award für 100.000 verkaufte Kopien von The Last Guardian auf der PS4. Leider müssen wir relativ oft erwähnen, dass dieser oder jener Titel nicht auf der Nintendo Switch erscheint. Da ist es doch mal schön, etwas gegen den vermeintlichen Trend zu schwimmen. Bethesda bringt im November nicht nur Skyrim auf die Switch, sondern hat in der letzten Nintendo Direct auch angekündigt, man werde dieses Jahr noch Doom auf die portable Nintendo-Konsole bringen. 2018 soll dann noch ein Port von Wolfenstein 2 folgen. Wir hoffen auf technisch saubere Umsetzungen. Bethesda ist damit erstmal der fleißigste Dritthersteller, wenn es um das Thema Switch-Support geht. Mit Origin Access und EA Access hat Electronic Arts ja bereits eine Art Netflix für Videospiele leidt im Petto. Ein solches Angebot soll mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Dies ist zumindest die Aussage von Chris Eventen, Vice President für Investorenkontakte bei Electronic Arts. Laut seiner Aussage sei es auf Dauer unvermeidbar, dass die Gaming-Branche denselben Weg geht wie die Musik- und Filmbranche. Weiter meint Chris Eventen, dass die Konsumenten sich an ein solches Angebot eh schon längst gewöhnt hätten und sich mehr und mehr vom eigentlichen Besitz der Inhalte verabschieden. Das große Problem an dem Preismodell ist laut Evendon, dass die Endgeräte zum Spielen, also die Konsolen oder ein PC, noch zu teuer wären. Erst wenn ein Flatrate-Angebot für den Endkunden ohne Zusatzkosten verbunden wäre, könnte es eine erhöhte Akzeptanz erlangen. Eine Methode dabei könnte das Streaming von Games sein. Wie seht ihr das? Wird sich die 10 Euro Gaming-Flatrate auf absehbare Zeit durchsetzen und zocken wir dann in 10-15 Jahren wirklich mehrheitlich ohne Konsole oder PC? Schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare!